Es ist das Schöne am Fußball. Es gibt immer mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Es darf auch jeder, der auf der Tribüne sitzt, den Klugscheißer machen und sagen, ich weiß, es wäre so und so gekommen, wenn. Okay, davon lebt unser Fußball. Aber wir, die involviert sind und mit der Sache verantwortlich sind, dürfen sie natürlich aus unserer Sicht mal darlegen. Hat der UFC im Spiel gegen Saarbrücken einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Und war die Auswechslung von Ratgeber richtig? Mit diesen Fragen mussten sich UFC-Sport-Koordinator Ramon Berndroth und Trainer Ari van Lent auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Burghausen noch beschäftigen. Welche Schlüsse soll ich denn daraus ziehen? Oder was für einen Schlüssel ziehen Sie daraus? Ja, sag doch. Da muss ich ja vor, dass Sie nachher spekulieren. Dann gebe ich Ihnen anschließend Antwort. Sie haben geschrieben, dass der einzige Mann, der ihr überhaupt das Spiel beruhigen könnte, Thomas Ratgeber, der ist ausgewechselt worden. Also ich mag es nicht so gerne, wenn ein Spieler, der letzte Woche seine Leistung bestimmt gut macht, das muss man sagen, so gelobt wird, dass er diesmal ausgewechselt wird. Das hat auch seine bestimmten Gründe, weil er an dem Tag nicht gut drauf war und ich die Defensive so bestärkt wurde, weil der Gegner einfach in dem Moment stärker war. Hinten raus, da mir meine Kollegen dann Leute eingewechselt haben, wo ich gefühlt habe, die sind alle zwei Meter groß, habe ich nicht ausgewechselt, weil ich in dem Fall auf der Bank eigentlich nur Leute sitzen hatte, die alle 1,50 waren, ganz böse jetzt, wenn ich keine benachteiligten wurde. Deswegen habe ich diese Mannschaft da stehen lassen. Und das ist eigentlich der einzige Grund. Wenn ich dann gewechselt hätte, ja, vielleicht hätten sie noch das dritte Tor gemacht. Oder, man weiß es nicht, vielleicht hätten wir tatsächlich das 2-1 gewonnen gehabt. Das ist dann immer eine kleine Frage und dann ist es sehr viel Spekulationen, die man dann nie beantwortet bekommt. Ich persönlich saß ja auch unten auf der Bank und konnte mich diesmal über die Führung nicht freuen, weil ich sage, ich lasse jetzt mal der alte Fuchs raushängen. Es ist halt so, du hast diese Spiele schon oft gehabt, wo du sagst, eigentlich hast du es nicht verdient. Und du weißt genau, du führst 2-0, aber es wird dich einholen. Wenn es dich nicht in diesem Spiel einholt, dass du zu viel Glück beansprucht hast, wird es im Nächsten sein und im Übernächsten. Also deswegen hatte ich da schon ein ganz ungutes Gefühl, weil wir uns diesen Offensivvorsprung, also 2 Tore mehr als der Gegner, eigentlich nicht erarbeitet hatten. Und das lag, da kann man der Mannschaft nicht böse sein, es gibt manchmal Phänomene, die haben das ganz geschickt gemacht, über die Außendiagons, den konntest du nur ausköpfen, diesen Diagonalball. Dann haben sie einen langen Einwurf gehabt, waren sie schon im Strafraum. Und als Gegenmaßnahme hat der Ulu sie dann ausgeschickt, hat gesagt, komm, wir machen die Abschläge, dass wir mal raus sind. Dann haben wir die zweiten Bälle nicht bekommen. Irgendwie kamen wir diesmal in der Offensive nicht zu unserem Spiel. Es war also nicht so wie in Aachen, wo wir uns die Tore zwar auch über Konder gemacht haben, auch die Fehler ausgenutzt haben, aber das haben wir uns erarbeitet. Über kluges, umsichtiges Kombinationsspielen, das war diesmal nicht möglich. Vielleicht auch eine Sache, der Krafttrainer hat es richtig angesprochen, auch mit Vetsch, Julius Reinhardt, so Leute, man sieht ja, die Form ist anstrengend. Aber sie werden immer noch, sag ich mal, noch sind sie diesen Spielrhythmus gegenüber ihren letzten Verein nicht gewohnt. Das hat er gut gesagt. Das ist einfach mal ein Fakt. Gott weiß, die letzte englische Woche, wann hatten sie die mal? Also mit 90 Minuten Einsätze. Oder mit Einsätzen von Anfang an. Doch auch das kommende Spiel beschäftigt die Verantwortlichen. Zum Beispiel die Frage, ob André Hahn wieder spielen kann. Was das Thema André Hahn betrifft, er ist immer noch krank. Für den Spieltag wird es ein Fragezeichen sein. Er wird heute Nachmittag nicht mit trainieren. Vielleicht wird er morgen dann einen Versuch starten, letztendlich wegen seiner Infekte, den er bekommt. Also sein Fuß ist letztendlich in Ordnung, wo er dann letzte Woche mal mit Problemen hatte. Aber ob er die Chance hat zu spielen, ist wirklich eine Fragezeichen. Er entscheidet sich dann halt morgen. Also ein Top-Fitter André Hahn tut uns im Spiel gut. Also Lars hat schon mal jetzt die erste Wahl bekommen, wo er ausfällt. Also das wird es auf jeden Fall, wenn ein André nicht kann, dann auf jeden Fall eine Überlegung sein. Ja, ich glaube auch, wir sollten dann höllisch aufpassen, dass wir jetzt zweimal gewonnen haben, im Pokal eine Runde weiterkommen und in Saarbrücken nur einen Punkt geholt haben. Das hat jetzt unser ganzes Drei-Punkte-System umgeschmissen. Also wir sollten ganz vorsichtig sein, dass wir jetzt gerade eine ganze Aufholjagd starten, die trotzdem beeindruckt ist. Wir haben vier Spiele verloren, es gab auch ein paar Gründe dazu. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir im Moment Punkte sammeln und dann fahren wir nach Saarbrücken und dann machen wir eigentlich, wo die Leistung nicht alles passte, auf welchen Gründen der Aufstand immer, aber wir führen 2-0 zur Halbzeit, haben wir also doch immer den Fehler des Gegners ausgenutzt.